Falls Sie dieses Video in der U-Bahn oder im Büro sehen, genießen Sie es, denn wenn die Pläne der Bundesregierung zu einer Verschärfung des Lockdowns Wirklichkeit werden, dann könnte das jetzt die letzte Gelegenheit für Sie sein, sich mit Ihren Mitmenschen zum fröhlichen Virenbazar zu treffen. Warum so ein Mega-Lockdown nötig sein könnte, darum geht es heute hier, aber natürlich auch um den grundsympathischen Mega-Loser aus Washington, unser aller mega-holpriger Weg zur Herdenimmunität und das Mega-Event des Wochenendes, Deutschland sucht den Superkonservativen. Also, bleiben Sie dran! Der Donnerschlag der Woche kam aus den USA. Das Repräsentantenhaus hat für ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gestimmt. Damit ist Dödel Donald der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der es schafft, gleich zwei Impeachment-Verfahren zu provozieren. Irgendwas kann halt jeder. Tja, Donald Trump hat immer gesagt, er ist ein Mann der Superlative und beschissenster Präsident aller Zeiten ist ja auch ein Superlativ. Ich würde mich nicht wundern, wenn er da ein bisschen stolz drauf ist und jetzt im Weißen Haus sitzt und fröhlich vor sich hinsinkt Die gute Laune könnte Donald Trump aber noch ein bisschen vergehen, denn egal wie das Verfahren ausgeht, es wird ein bisschen eng für ihn. Viele Parteikollegen wenden sich jetzt von ihm ab, der amerikanische Golfverband will nichts mehr von ihm wissen und sogar die Deutsche Bank überlegt, die Zusammenarbeit mit Trump zu beenden. Ich meine, die Deutsche Bank, bei denen hat sogar Voldemort ein goldenes EC-Kärtchen. Also wenn nicht mal mehr die Deutsche Bank mit dir zusammenarbeiten will, dann ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis Kim Jong-un dich bei Facebook entfreundet. Ja, es sind schon seltsame Bilder, die uns da gerade aus Amerika erreichen. Wenn man zum Beispiel sieht, dass hunderte Soldaten der Nationalgarde im Kapitol kampieren, damit niemand die Abstimmungen oder die Amtseinführung von Joe Biden gefährdet, da muss man schon sagen, World's Greatest Democracy läuft bei dir. Apropos Biden, der ist nicht ganz so begeistert von dem neuen Impeachment-Verfahren. Er hat nämlich Angst, dass das ganze Theater um Trump von seiner eigenen Amtseinführung ablenken könnte. Nicht ganz zu Unrecht. Ich meine, das Problem kennen viele Eltern. Das volksame Streberkind kann noch so schön auf der Violine vorspielen. Die gesamte Aufmerksamkeit richtet sich trotzdem auf das verhaltensauffällige Arschlochkind, das kein einziges Instrument beherrscht, sich Erdnussbutter in die Haare schmiert und dann in die Tuba kackt. Aber auch in Deutschland sind die guten Nachrichten gerade eher ein bisschen dünn gesät. Im Bundeskanzleramt spielt man deshalb jetzt mit dem Gedanken, mit einem Mega-Lockdown das gesamte öffentliche Leben herunterzufahren, weil die Corona-Todeszahlen immer noch in absolut unerträgliche Höhen steigen. Gleichzeitig gibt es dann aber immer noch PR-geile Provinzblödel wie Boris Palmer aus Tübingen, der sich jetzt gegen eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen hat mit der Begründung, wir müssen ja auch leben. Ach so, ja klar, also ich meine, wenn Boris Palmer keine Lust mehr hat auf Corona, dann hören wir damit natürlich auf. Sorry. Aber immerhin einen Hoffnungsschimmer gibt es. Wie Jens Spahn jetzt mitteilte, ist bereits ein Prozent aller Deutschen geimpft. Yay! Und das nach gerade mal drei Wochen. Das heißt, wenn wir in dem Tempo weitermachen, sind schon nach 300 Wochen alle Deutschen geimpft. Und das wären ja gerade mal sechs Jahre. Können wir nochmal über die Definition von guten Nachrichten sprechen? Nein, aber im Ernst, die Impfung läuft ja jetzt gerade erst so richtig an. Es wird bald auch mehr Impfstoff geben. Und außerdem reicht es auch aus, 60 Prozent der Bevölkerung zu impfen, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Es wird also selbstverständlich nicht sechs Jahre dauern. Es gibt aber auch noch ärgerliche Komplikationen bei der Impfung. In Niedersachsen zum Beispiel sollen über 80-Jährige per Post zur Impfung eingeladen werden. Problem ist, aus Datenschutzgründen darf man dazu nicht auf die Meldedaten zurückgreifen. Jetzt hat man stattdessen eine gewerbliche Adresskartei genommen und schätzt jetzt teilweise anhand der Vornamen ab, ob der oder diejenige über 80 ist oder nicht. Soll heißen, Gieselbert und Kunigunde werden zur Impfung eingeladen, Kevin und Chantal eher nicht. Otto und Frieda könnten 95 sein oder halt Hipster-Nachwuchs. Man weiß es nicht. Also wenn ich jetzt in Niedersachsen leben würde, dann würde ich aber ganz schnell meine Namen vom Briefkasten abschrauben und irgendeinen Namen draufpacken, der so richtig unfassbar altmodisch, antiquiert und nach letztem Jahrhundert klingt. Was weiß ich? Friedrich Merz. Und das führt uns auch schon zum Show-Highlight des Wochenendes. Die CDU wählt auf einem digitalen Parteitag einen neuen Bundesvorsitzenden. Röttgen gegen Laschet gegen Merz. Das ist natürlich so ein bisschen Pest gegen Cholera, gegen Schweißfuß. Aber immerhin dürfen Sie selbst entscheiden, wer da wer ist. Mittlerweile wird unter den Kandidaten auch so ein bisschen gestichelt. Der Röttgen will nicht mit der FDP koalieren. Armin Laschet teilt deshalb gegen Norbert Röttgen aus. Und Friedrich Merz macht das, was er am allerbesten kann. Es sich mit allen und jedem verscheißen. Am Donnerstag erntete Merz einen Shitstorm, weil er die von Olaf Scholz ins Gespräch gebrachte Vermögensabgabe wegen Corona als Neidsteuer bezeichnete. Vielleicht muss das dem Merz nochmal jemand sagen. Sympathiewerte, das ist nicht wie Cholesterinwerte. Die dürfen ruhig hoch sein. Neidsteuer, das ist ja nicht nur bescheuert ausgedrückt, das ist auch noch inhaltlich falsch. Das würde ja bedeuten, dass Menschen, die neidisch sind, eine Steuer zahlen müssen. Und das muss in Deutschland niemand. Davon wird auch Friedrich Merz noch profitieren, wenn er dann bald neidisch auf den neuen CDU-Vorsitzenden schaut. Schönes Wochenende.